Nee, und da hatte er so Nagellack drauf und dann habe ich gesagt, du, wenn ich dich jetzt ansage, gib mir doch mal deinen Nagellack, dann können wir am Partnerlook laufen. Und dann hatte ich den am nächsten Tag halt noch drauf und habe dann Zeretten gekauft, irgendwas und habe so beim Geld hingeben gemerkt, wie blöd ich angeguckt worden bin. Und dann dachte ich so, also das ist ja krass, wenn ich jetzt hier ein bisschen Nagellack auf dem Finger habe, wie blöd man dann schon angeguckt wird, wie krass muss das sein, wenn ich jetzt hier noch in einem Rock komme oder so, weißt du, mit einer Perücke und als Frau ich schminkt bin. Und dann dachte ich, nee, da machen wir jetzt mal drauf aufmerksam. Ja, frag mal Harry Styles, der kämpft richtig. Ja. Der arme Kerl. Wir haben dann ganz viele Leute auch so Kinderfinger gezeigt, weil es Kinder gibt, also Jungs, die malen sich dann die Fingernägel an und werden halt im Kindergarten gemobbt und so. Und dann kam so die Phase, dass die mir Kinderhände gezeigt haben, jetzt erst recht. Der hat jetzt gesagt, ich mach das jetzt.